Ja, moin und hallo aus Hamburg. Mein Name ist Florian Schulz, Leiter des Communication Centers der NDR Media GmbH. Ich habe meine Ausbildung im Bereich Dialog Marketing 2007 abgeschlossen. Wenn ihr Freude und Spaß daran habt, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, helfen möchtet und das Ganze gerne über modernste Kommunikationsmittel tut, wie beispielsweise neben dem Telefon Social Media oder auch WhatsApp, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, euch diesen Berufszweig Dialog Marketing ganz genau mal anzuschauen. Er hat enormes Potenzial. Der Markt braucht qualifizierte Mitarbeiter. Er braucht euch. Schaut es euch an. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns starten würdet.